Hallo, mein Name ist Jakob. Ich arbeite in der Abteilung Mobilitätsplanung im Geschäftsbereich Planung, Technik und Umwelt und bin jetzt seit fünf Jahren am Magistrat. Ich starte meinen Tag meistens so zwischen sechs und sieben in der Früh. Der Arbeitsalltag gestaltet sich immer recht unterschiedlich, je nachdem was anfällt. Wir arbeiten sehr viel der Behörde zu. Ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit ist auch das Planen im öffentlichen Gut und entsprechend planen wir die Straßenquerschnitte für die Bürgerinnen und Bürger von Linz und dafür werden Ausbaupläne von uns angefertigt, die dann die entsprechenden Radwege, Gehwege, Fahrstreifen für den Individualverkehr berücksichtigen. Ein sehr positiver Aspekt im Magistrat ist das neue Gleitzeitmodell, das gerade meine Bedürfnisse mit Familie und zwei Kleinkindern gut trifft und bei dem ich sehr flexibel agieren kann, gerade wenn was mit den Kindern ist und mit meiner Familie.